So, Prioritätenliste. Wir brauchen Brennmaterial. Nein, wo ist die Pitchfork? Da ist die Pitchfork. Weg mit dir. Weg mit dir. Obwohl eins davon sollten wir... Oh, Fledermaus, geh weg. So, du kannst ruhig... Ja, ja, verschwinde. Ich piekse dich auf in der Pitchfork. Und die kommen echt jede Nacht. Das ist... Wir haben noch keinen Speer. Genau, bleib mal da hinten. Wir gehen in unsere Basis zurück. Die wollen auch in unsere Basis zurück. Können wir auch ein bisschen Licht so... Oh, 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 oh. Oh. So. Menno. Also, dich verbrennen wir. Wir wollten mit der Pitchfork... Das Zeug hier... Komm hier rum. Das Zeug hier aufbuddeln. Alles verbrennen. Alter. So. M, M, M. Ähm. Was lassen wir liegen? Monsterfleisch. So. Gleich wird es nämlich richtig dunkel. Da brauchen wir Brennmaterial. Oh, weg ein Tier. So. Meins. Ey, 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 ey. Axt und kaputt. So. Es ist ja nicht so, dass wir halb verhungert und fast tot sind. Ohne Sandwink zu regnen. Ähm, wir brauchten was zu essen. So. Bräuchten wir das noch? Monsterfleisch esse ich bei so wenig Leben garantiert nicht. Auch wenn Wilson Hunger hat. Äh. Was zur Hölle machen wir jetzt? Wir haben nicht mal irgendwas, um die Farmen zu füttern. Wahnsinn geht runter. Wir wollten die Steine verarbeiten. Und wir wollten irgendwas mit Seilen bauen. Und das war die Farm. Einen Speer brauchen wir unbedingt. Da verfügt uns auch ein Seil. Ja, das passt doch. Also ein Seil. Für Speer. Und wir haben schon einen Speer. Das ist ja, hey. Konzentration, Girogon. Was brauchen wir jetzt noch? Ich will testen, ob wir das Guano wenigstens benutzen können, um das Ding hier zu düngen. Aber dazu bräuchten wir erstmal Samen. Wir haben keine Samen. Bartelisk Wing. Komm, ich nehme mal kurz mit. Wir brauchen noch einen Kühlschrank für den Winter. So, mitkommen, verbrennen. Komm, 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 komm. Und ja, wir brauchen einen Kühlschrank für den Winter. Das macht Sinn. Wow, wow, hey. Hey, hey, hey. Ähm. Mein... 14 Twigs. Wie kriege ich... Au, 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 au. 14 mal Asche. Ich mag die Neuerung nicht. Das ist ganz schön gemein. Ähm. Woran könnte ich jetzt versuchen, den Vogel zu erlegen? Aber da werde ich mich noch selber bei verletzen. Ich brauche unbedingt Samen. Zu den Dingern zu unten kann ich nicht gehen. Ja, ich glaube, ich muss jetzt schon die Schweine plündern. Also die Schweinefarm oben plündern. Sonst verhungern wir, bevor der Winter kommt. Das wäre echt nicht so schön. Boah, ist übel. Allein schon der Blitzschlag eben gerade. Alle Twigs weg. Ah, Twigs. Vor meinem Glück werde ich gleich vom Blitz getroffen. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt mit einer Axt in der Hand... Äh. Nein, ich wollte die Axt nur wegstecken. So. Nicht unbedingt mit einer Axt in der Hand rumlaufen. Also was haben wir hier noch? Nix, nix und nix. Da oben war der ganze Rest. Hallo Schweinis. Wir sehen schon doppelt so wahnsinnig sind wir. Du kannst hier bleiben. Euch nehmen wir alle mit und kochen wir erstmal. Damit sie mehr Nahrung bringen. Haben wir noch irgendwo was Essbares? Und wir brauchen Blümchen. Wir brauchen ganz viele Blümchen. Nicht rote Pilze, nein. Wir brauchen Blümchen. Äh. Jetzt sind wir gleich einmal rum. Spinnen. Nee, nee, nee. Wir brauchen keine Spinnen. Die sind noch mehr Spinnen. Oh, da sind Spider-Glans. Die hätte ich schon ganz gerne. Wart mal. Don't ist ein Kampf im Gange. So, dich nehmen wir mit. Essen wir auf. Dich nehmen wir mit. Und hey. Die haben wir... Was? Zur Hölle? Hier ist gerade ein Schwein gestorben. Aber hat nichts ordentliches dagelassen. Und hier unten wurde auch irgendwas gekillt oder gekämpft. Das ist ja gemein. Wir spawnen ein arme Schweinchen. Wird sofort totgeschlagen. Spawnen ein paar Tage später wieder und wird wieder totgeschlagen. Hallo Schweini. Ja, das ist dein Platz. Ist okay. Wir wollen doch nur Blumen pflücken. Um nicht wahnsinnig zu werden. Aber ich denke mal, ob wir von den Spinnen allgemein fernhalten. Weil die zu sehen, drückt glaube ich auch schon auf die Psyche. Ja. So, weg mit dir. Oh, Sam, 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 Sam. Dafür lassen wir Monsterfleisch hier. Da. Bitt schön. Weil Monsterfleisch können wir uns absolut nicht leisten. So. Noch eine Blume. Sehr gut. Fehlen ja nur noch sieben Stück oder so. Ah, sechs Stück. Dann hätten wir das eine Problem schon mal im Griff. Essen ist immer noch nicht so schön. Was ist Rot? Achso, das ist glaube ich vergammeltes Zeug. Ähm. Da. Manu. Die lassen wir. In Notfall werden wir das essen müssen. Also sollte ich es doch mitnehmen. Die Flint lassen wir hier. So. Echt viel zu wenig Platz im Inventar. Hat natürlich nicht dran gedacht, vorher aufzuräumen. Wir sollten sehr schnell nach Hause. Ja, ja. Ist ein Pinienbombi weg. So. Runter, runter, runter. Wir sehen schon mal keine Halluzinationen mehr. Das ist gut. Das fängt schon wieder ab. Komm, 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 komm. So. Ähm. Wir würden gerne den Rot verbrennen. Dann würden wir gerne das alles kochen. Oh, die Ohrenschütze gehen kaputt mit der Zeit. Äh. Weg damit. So. Asche kann man nicht verbrennen. Okay. Äh. Dünger wollen wir nicht verbrennen. Guano kriegen wir recht viel. Also weil jede Nacht die Dinger kommen. So. Was noch? Dich wollen wir auch noch einmal verkochen. Den anderen wollen wir anpflanzen. So. Und gucken, ob der Guano auch als wirklicher Dünger gilt. Ja. Geht. Sehr schön. Fertilize. Fertilize. Popcorn. Ähm. Wo genau lag jetzt der Vorteil dran, die Sache anzupflanzen? Können wir dich jetzt anpflanzen? Nein. Hm. Also ich kann Samen in andere Essensarten verändern. Gut. 85. 98. Okay. Und Speer in die Hand. Wo ist man das? Ah. Komm. Stirb. Verzwieselt euch, ihr doofen Kleinen. So. Weil mit Leertaste arbeitet jeder sogar einigermaßen. Ähm. Danke. Du da drauf. Guano, Guano. Nochmal Mais. Mit einem Birdcage konnten wir aus den Gemüsearten selber die Gemüsesamen bekommen. Ich glaube sogar mehrere. Aber den Birdcage. Was brauchen wir für einen Birdcage? Wo zur Hölle war der Birdcage? Pickhouse, Rabbit Hudge, Birdcage. Sechs Gold, zwei Papyrus. Och nö. Lass mal. Das muss jetzt nicht sein. Kochen, Essen. Dich. Also dich bauen wir hier hin. So. Jetzt hätte man theoretisch Platz für drei Farmen. Auch wenn ich eigentlich schon wieder eine neue Basis suchen müsste. Wo ist mein Pitchfork? Da ist mein Pitchfork. Eine neue Basis suchen müsste, weil hier halt immer die Blädermöse rauskommen. Wobei langfristig wäre es bestimmt ganz praktisch, jede Nacht kleine Gegner zu bekommen. Aber so halt an die Ressourcen auch rankommen. Vor allem das Guano. Was wir als Dünger benutzen können. Also ne. Ich muss das Risiko eingeben. Wir müssen es hier einfach besser in den Griff bekommen. Steine. Wir hätten gerne Steine. Cutstorm. Cutstorm. Wir hätten gerne Steine mauern. Sechs Stück. Wie machen wir das am besten? Also zumachen können wir ja nicht. Aber. Ich mach mal hier so einen kleinen Knick rein. So. So. Wir erhoffen, dass wenn Gegner von oben kommen, sie hier drin so hängen bleiben. Und dann lässt man die Steine mauern auch kaputt haben müssen. Was ne ganze Weile dauert. Hier unten verlängern wir das Ganze nochmal kurz. So. So. Haben wir doch mehr Platz. Das Monsterfleisch schmeißen wir auch noch auf den Boden. Das kann verrotten. Können wir das Dünger benutzen. Was noch? Was noch was? Ich höre Wölfe. Greif dir jetzt auch an oder mach dir nur eine auf dicke Hose. Hast du das gehört? Ja, hab ich. Okay, wir brauchen Brennmaterial. So. Alles. Mit. Dann brauchen wir Essen. Wir brauchen neue Samen für die Farben. Wir brauchen Gras. Da haben wir noch Steine, aber nicht viele. Wir brauchen allgemein Steine und auch Flint, weil ich das Flint habe liegen lassen. Oh ja, erstmal Brennmaterial. Das Wölfe knurren hört diesmal nicht auf. Ich glaube, jetzt kommen sie. Aber am Anfang kam ja nur ein, zwei. Das ist vertretbar. Wir haben ja eine Lockrüstung an. Wir haben Spähe. Nee, das ist alles gut. So, Brennmaterial. Brennmaterial. So. Das reicht für ein, zwei Nächte. Oh, da kommen sie. So. Gewuss. Oh, warte mal. Ich logg die einfach zu den Schweines unten hin. Komm mit. Schön, beide mitkommen. Äh, weiter runter. Lalala. Haben ja genug Zeit. Oh. Na komm. Reine mitkommen. Ah, wir haben hier so eine Schaufel dabei. Also vom Rückweg können wir die ganzen Gräber hier ausheben. Na komm. Hier ist ein Schwein. So. Bring ein Wölf um oder bring ein Schwein um, damit ich die Sachen luten kann. Vom Schwein. Oh. So, am besten bringen sie das Schwein um und ich bringe sie um, bevor sie das... Oh. Ähm. Sieht so aus, wenn das Schwein gewinnt. Okay. Dann halt. Ast zur Hölle. Hey, hey. So. Mann, ist das zäh. Es wurde doch schon zigmal von den Wölfen gebissen. Nicht so schön. Okay. Äh, Schaufel. Schwing. Ein Gebiss. Ein blauer Hielstein. Ein Abflussrohr-Dienst. Komische Kabel. Oh, 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 oh. Ähm, ähm. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mich schon gewundert, warum wird die Musik so laut? Äh. Okay. Also Gräber ausheben erhöht definitiv den Wahnsinn. Warum auch immer. Wir... Wir gehen jetzt zurück in die Basis und erforschen irgendwas. Ganz schnell erforschen wir irgendwas. Und du bist so hungrig. Ja, äh. Tut mir leid. Komm, Basis. Bevor die Schattenviecher uns angreifen. So. Wir forschen. Da. Haben wir nix. Haben wir nix. Äh. Checkerboard flooring. Braucht nur ein Marble. Das machen wir mal. So. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Und da kommt das erste Viech angekrabbelt. Äh. Da. Das wird spät. Ich muss ein Feuer machen. Stress mich nicht. Warte mal. Pickaus. Birdcaid. Rabbithut. Cobblestone. Und die... Ah. Ledermäuse kommen. So. Licht. Viel Licht. So. Kaputt. Kaputt. Keimer getroffen. Jede Menge Monsterfleisch. Und äh. Oh. 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 Du bist böse. So. Stur. Da ist es. So. Ist mir jetzt egal. Haben wir noch irgendwas zu erforschen? Ähm. 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 Birdtrap braucht das. Seil Papyrus haben wir nicht. Haben wir alles nicht. Heilsalbe. Nein. Haben wir auch nicht. Äh. Da fehlt das für. Puschelruschel fehlen. Komm schon irgendwas. Und ja. Er festsicht ganz oft am Bauch. Ähm. Minerhead. Lantern. Lantern. Nein. Werkzeug. Eine Goldaxt. Komm hier damit. Wir haben nur ein Gold. Nein. Okay. Ähm. Dich müssen wir kochen. Sonst sterben wir. Einen. Vielen Dank.